Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Heute mal testen wir wieder mal ne Sniper und ich hab mir gedacht, komm weißt du wat, YOLO, nimmst du heute ne Sniper, die dir nicht so gut gefällt und deswegen zocken wir heute die... Dadaadaadaada, Rotpython. Mal gucken, Teams sind relativ ausgeglichen, mal gucken was ich mit der Waffe reißen kann. Naja, aber sagen wir so, ist jetzt nicht gerade meine Lieblingswaffe. Ja, ach komm, immer diese Lappen, die drüben sind, ey, immer. Boah, die Waffe ist so schlecht, die macht nicht mal One-Hit. Na gut, ansonsten, ich möchte es nur nochmal wieder gesagt erwähnen, ich weiß, es hat sich irgendwie kein schweites Infovideo angeguckt, ich bitte euch trotzdem nochmal folgendes, wie gesagt, um Halloween 19 Uhr beginnt der Livestream und zum einen, wie gesagt, Brickforce with you, wenn ich dann genügend Kontaktanfragen habe, fang ich dann auch mal mit diesem Format an. Gut, das war's eigentlich, was ich jetzt so erwähnen wollte, wie gesagt, die... Ich hab jetzt in das Infovideo einfach meine Adresse reingepackt, ich hab's mir mehrmals gesagt. Mehr als la... Au! Mehr als labern kann ich nicht. Geh runter, geh runter! Ah! 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 Okay. Mehr als labern kann ich nicht und ich krieg schon wieder auf der Fresse. Ey, ohne Spaß, wie im Wirtenammkrieg, ey, ein Raketenwerfer nach dem anderen. Ah! Alter! Ja, ich krieg jedes Mal einen halben Herz-Kollap-Kollaps, äh, egal. Digga-Low-Was-Low-Nicht? Wer will alles eine... ...haben? XD. Also, falls jetzt jemand fragt, ja, ich hab das Wort gerade, äh, nicht etwa nicht gesagt, nein, ich hab's nur rausgepiept. Ah! Boah, hat der Junge mir eine mitgegeben. Der hat mir auch eine mitgegeben und ich bin tot. Im Ernst? GP3050, welches Level bist du? Äh, ich? Ich bin der Küchenkoch. Ich bin Level Küchenkoch. Sonst noch fragen? Ja, also, ihr könnt's mir nicht glauben, aber es heißt wirklich Küchenkoch. Komm, gehen wir mal... ...zu dem. Yeah, ich bin Wanted mit der größten Kack-Waffe von allen. Hab ich irgendwas... Naja, hab ich nicht mal irgendwas Geiles dabei. Na gut. Da unten hab ich schon einen gesehen. Auf... War der Wanted? Hab ich ihn jetzt 200 Live-Wallet gezogen? Ne, doch, 200... Ey, what? Seit wann ist die Waffe denn bitte OP? Loll, was ist denn auf einmal mit dieser Waffe los? Ey, die geht ja mal richtig steil nach oben. Moment, der legt sich gerade einen ab. Hab ihn. What the... What the... Ey, seit wann macht die One-Hit? Ey, ey, ey. Meine Güte. Ey, da krieg ich ja fast nen Harten bei, wenn ich hier sehe, wie die Waffe hier reinhaut. Und auch mal was angenehm ist zu Snake. Man muss nicht jetzt gleich bei jedem Schuss nachladen. Ha! Ha! Ich geh in Deckung! Ja, da legen sie wieder Hand an mich. Ja, ich hab schon wieder den Typ mit Wanted einem abgegeben. Psch, ganz leise. Ganz... Vielleicht... Alter, was ist denn mit der Waffe los, du? Ich denke, es hackt. What the fuck? Da fug. Da fug einfach nur. Leute, zerstört jetzt echt ja mal eine kostbare Barrikade. Ey, ist der Typ irgendwie blöde? Weißt du nicht, dass er einfach nur rüberkommt, ja? Und mir auf die Eier gehen will. Ne. Erstmal noch die schlechtesten Granaten so schlecht daneben werfen, dass man sich bald schämen müsste. Auf verdammt, ich bin sie sehr an die Snake gewöhnt. Aber bei der Snake, hat man sich das so angewöhnt? Man gibt einen Schuss ab und muss sofort nachladen. Das ist einfach so. Wenn man das bei Snake nicht drauf hat, dann geht man unter. Dann ist Snake nicht die richtige Waffe. Vor allem, die Waffe killt einen echt mit zwei Schüssen, ja? Zwei. Die Rotpütern. Diese absolute, dammige Schrottwaffe. Und da wird das Glas von mir jetzt erschossen. Ey, ohne Witz. Ich halte einfach nicht mehr so viel aus wie in den ganzen Horrorgames. Ich zock zu viel. Wieso hab ich den Hunderterpott geschluckt, ey? Ich bin nicht im Puff, ich bin im Brickforst. Da darf ich nicht so viel schlucken. Komm, ey, den mit Wanted will ich jetzt aber haben. Yes! Ich hab den mit meiner Gammelwaffe weggeholt. Den auch. Ey, ich spiele echt 11-0 mit der Rotpütern. Ich hätte ja vorher gesagt, die ganze Zeit, man sollte sich die Waffe nicht kaufen, aber... holt sie euch, die haut ja voll rein. Na gut, gegen Avenger werde ich jetzt nicht mehr zu Null spielen, denke ich mal. Avenger, der snipet... Au! Ja, der snipet, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Der nimmt nicht die Sturmbaffe, der snipet. Nein, der snipet relativ gut, muss ich... Ha! Das war jetzt ein Luckshot, das gebe ich ganz offen zu. Alter, wie viele Luckshots kann ich eigentlich noch haben? Den nehmen wir auch noch mit? Ich nehme die Kills an. Lieber der Tombola. Lass mal gucken hier, den... Alter, alter, ah! Bin ich im Puff? Ne, ich Quickiescope gehen. Hallo, ich auch sein Chinesen, wollen wir uns mal unterhalten. Lass uns Telefonnummern ins Wünschchen. Und der will man dazu in Deutschland auch salt. Au! Das tut weh, dass ich dich getroffen hab. Das tut noch mehr weh. Verdammt, ich bin bald out of money. Der macht einen gezielten Halsgulp auf mich. Das ist nicht sehr schön. Oh! Der hat mir One-Hit-Plemy gezogen. That's not so nice. Lass mal gucken. Also als erstes brauche ich meinen Wanted wieder. Alles andere ist inakzeptabel. Wenn der, wenn der große GP nicht Wanted ist, ja, alter, krieg ich selbst die Krise. Na guck mal, zwei können wir jetzt hier One-Hitten, Wanten. Ich hab den doch mit Wanted da grad noch rumgammeln sehen, ey. Wie so ein altes Stück Fisch. Der muss doch da irgendwo sein. Und nur Spaß, wenn man von der, wenn man, wenn man nicht Snake gewohnt ist, die der One-Hit jetzt gemacht hätte, ja. Dann ist das echt enttäuschend. Ich mein, klar, die Feuerrate ist schon relativ gut, aber. Oh! Da hab ich ihn gesehen. Das ist wie bei Animal Crossing, diesen Huchen, ja. Den siehst du nur einmal pro Jahr oder so. Falls ihr nicht wisst, was sie meinen, Animal Crossing New Leaf, da gibt's ja diesen einen speziellen Fisch. Den Huchen heißt der. Im Fluss, im Winter, ungefähr größer wie ein Arabheimer. Das Ding ist das größte, hässlichste und seltenste Vieh, was ich je in Brick... Äh, nicht Brickforce. Das wollte ich grad nicht sagen. Nein, ich wollte natürlich ganz professionell, wie ich bin, Animal Crossing sagen. Au! Boah, ohne Spaß. Ja, Avenger, äh, nix gegen dich, aber es gibt andere Gegner außer mir. Fallschirmspringen ohne Fallschirm ist ne gute Idee, meine lieben Freunde. Kann ich nur weiterempfehlen. Hab ich auch schon ganz oft gemacht, so aus dem Flugzeug raus. Da hab ich dann probiert, mich zu fühlen wie so ne Taube und hab auch anderen Leuten so auf den Kopf geköttelt, so im Fliegen, so... Wieso, da fresse ich dann vorher immer noch so schön Sauerkraut, damit's schön reinpfeift. Und warum hab ich zwei neue Clan-Einladungen? Ich... Ich will weder in den Epic-Clan, weil der... Und ich will nochmal nicht in den Epic-Clan. Warum krieg ich hier Epic-Clan-Einladungen? Kannst du bitte mehr Chaos machen? Achso. Ne, ne, mach ich nicht. Na gut, Leute, also das war jetzt ein kurzes LP. Ich musste aber noch eins aufnehmen für euch. Tut mir leid, ich hab heute komplett verplant. Ich bin heute so geschafft wie noch nie vom Training. Weil ich will nur sagen, was ein Bestandteil war. Kniebeuge. Im Endeffekt hatte ich dann 60 Kilo Gewicht. Fünf mal zwölf. Serien. Wer weiß, was das ist. Und dann auch oben drauf 60 Kilo. Aber gut, mehr sag ich jetzt auch nicht dazu. Würde ich mal sagen, kann... Maff... 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 Maffi... Maffi... Fima. Wat? Maffi... Fima? Ja, Maffi... Fima. Maffi... Fima, nein. Frag entweder mal anderes für das DM. Oder aber mach dann am 1.1. Muss ich auch noch dazu sagen. Falls es noch Teams gibt, die mitmachen wollen. Beim offiziellen Wildjack-Turnier mit. Das Finale wird live von mir gefilmt und kommentiert. Also bis dahin. Das war's, Leute. Für einen Daumen nach oben werde ich euch loben. Abo wäre auch ganz geil. Haut rein. Ciao.